Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und heute reden wir mal über die Dinge, die ich mir super, super gerne in Star Stable wünschen würde. Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass die Star Stable definitiv auf ein neues Level bringen würden. Und das sind Sachen, die wahrscheinlich sich so einige für die Zukunft wünschen, nämlich so ein bisschen was zu tun zu haben. Und ich hatte mir so überlegt, was wäre eigentlich etwas, das ich mir in Star Stable wünschen würde, damit ich langfristig Spaß in Star Stable habe und auch so einen Grund hätte, mich täglich einzuloggen. Als allererstes würde ich das Spiel so ein bisschen ummodellieren, dass man so fürs Late Game, also für das spätere Spiel so ein bisschen was zu tun hat. Ich würde das so machen, ich würde drei Fraktionen ins Spiel implementieren. Das ist eigentlich das erste Online-Rollenspiel, was so diese Drei-Fraktionen-Krieg im Endeffekt auf den Servern hat. Und ich würde das Ganze ein bisschen abändern. Ich würde einerseits natürlich diese Nachtreiter-Fraktion machen. Ich würde dazu aber noch die Soul Rider-Fraktion machen und als dritte Fraktion so eine neutrale Richtung wählen. So ein bisschen NPCs, die so zwischen dem Ganzen stehen. Ja, manche tendieren dann ein bisschen in die eine Richtung, ein bisschen in die andere Richtung. Aber so würde ich das Ganze aufbauen. Und welche Fraktionen, welche Leute würde es da eigentlich geben? Soul Rider ist natürlich klar. Wir haben unsere vier Soul Rider. Nachtreiter ist auch klar. Wir haben unsere vier Nachtreiter. Wir haben Sabine, Katja, Jessica und eben neu Shio. Zur Shio werde ich definitiv nochmal später ein bisschen mehr erzählen, da sie ja das große Ding 2024 werden wird. Darauf gehen wir aber in einem späteren Video nochmal ein. Wahrscheinlich sogar im nächsten Video. In die neutrale Fraktion würde ich die Leute packen, die so ein bisschen am Rand der ganzen Sache stehen. Zum Beispiel könnte man da Avalon reinpacken. Man könnte natürlich Evergray reinpacken und dann noch so als die letzten Leute vielleicht auch hier ein paar der Druiden, die so ein bisschen abseits stehen. Oder zum Beispiel natürlich auch ganz klar Idris. Also wenn man da zum Beispiel reinpackt, Avalon, Idris, Evergray. Und als letztes würde ich zum Beispiel Sif reinpacken. Oder Sif, wie auch immer man sich genau betonen wird. Weil das sind so Leute, die helfen mal der einen Seite, die helfen mal der anderen Seite. Avalon, okay, ist also natürlich ein bisschen sehr vorgeprägt. Aber definitiv könnte man so das Ganze aufziehen. Und was hätte das dann eigentlich für eine Bewandtnis? Wenn man, man könnte immer als Spieler, vielleicht hier so als irgendeinen Bonus, könnte man zum Beispiel sagen, ey, ich joine jetzt der und der Fraktion. Und dann hätte man so eine gewisse Markierung drum. Zum Beispiel Soul Rider wären blau, Nachtreiter rot und die neutralen wären vielleicht, ich weiß nicht, grau oder irgendwas anderes, was so ein bisschen neutraler wäre. Dann könnte man immer so den Leuten ansehen, okay, guck mal, der ist eigentlich gerade ein Soul Rider, der ist ein Nachtreiter. Und was hätte das für eine Bewandtnis? Ich möchte keine Kriege auf den Servern haben, sowas versteht mich da nicht falsch. Aber man könnte es dann so machen. In den Ranglisten könnte man das zum Beispiel dann so was machen. Man würde sich hier die Rangliste anschauen bei den einzelnen Rennen. So, und dann könnte man sagen, okay, dass die Leute dann in den Farben sind. Und jeder, der auf der Rangliste ist oder jeder, der zum Beispiel überhaupt das Rennen geritten ist, bekommt dann zumindest eine kleine Belohnung, wenn einer seiner Fraktion gewonnen hat. Wenn zum Beispiel die ersten Leute, die hier sind oder die erste Person zum Beispiel eine Nachtreiterin ist und ich bin auch Nachtreiter, dann bekomme ich zumindest dafür, dass ich teilgenommen habe, eine gewisse Belohnung. Oder auch in Championaten, wenn zumindest ein Nachtreiter vorne wäre, bekommt jeder, der da teilgenommen hat, zum Beispiel 100 Schillinge mehr. Das wäre zum Beispiel die Idee. Das nächste ist, dass man für alle Aktivitäten bei seiner eigenen Fraktion ein bisschen Ruf bei der Fraktion sammelt, bis man dann schließlich und endlich das rassenspezifische Outfit freischaltet. So was zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Idris nehmen, dann bekommen wir halt so ein magisches Outfit, so ein bisschen was, so ein Zauberer-like und ganz wichtig, wir können uns damit unser Rassen-Mount erspielen. Und was ist denn ein Rasse-Mount? Zum Beispiel ein Pferd, was speziell für diese Fraktion gemacht ist. Zum Beispiel wäre das bei Idris, ich glaube, ihr könnt es jetzt gerne in die Kommentare reinschreiben, wer darauf kommt. Und klar, natürlich C. Dass wir zum Beispiel C als Rasse-Mount bekommen könnten und uns das dann verbilligt freischalten. So ähnlich, überlegt es mal, wie es bei Spirit war. Dass wir uns bei der Fraktion dann dieses Rasse-Mount eben verfügbar machen können und eben erspielen können. Klar, es wird dann auch noch eine gewisse Summe kosten, aber natürlich die dann nur final. Wir können immer nur einen Mentor nehmen, immer nur einen Partner nehmen. Zum Beispiel können wir Idris nehmen, aber wenn wir das Ganze hochgespielt haben, könnten wir dann das Ganze wechseln. Sodass wir dann schließlich und endlich, wenn wir das möchten, alle zwölf Mentoren hochgespielt haben. Und uns dann diese spezifischen Sachen verdient haben. Zum Beispiel Evergreen mit seinem leuchtenden Auge. Warum dann nicht so einen leuchtenden Monokel für uns? Mit so ein bisschen Pandoria-Style dazu. Oder Sif, dass wir dann so eine blaue Hautfarbe bekommen und dann eben die Hörner. Sodass wir uns dann unsere klasse-spezifischen oder unsere Mentor-spezifischen Outfits holen können, mit denen wir dann rumlaufen können. Dass wir jetzt eben nicht nur so hier wie Sif rumlaufen, sondern dann eben noch diese Hörner und diese blaue Hautfarbe zum Beispiel bekommen. Dass uns das als eben Sif markiert. Und es gibt ja schon dieses magische Sif-Pferd so in der Art. Und so wäre das zum Beispiel auch eine Option, dass wir uns dann sowas freischalten. Oder Sabine, klar, Sabines magischen, da bekommen wir dann so ein bisschen so ein Pferd, was ähnlich ist wie ihr Special Nachtpferd. Dass wir uns so ein Nachtpferd holen können, was dann auch mit brennenden Hufen so ein bisschen rumläuft. So ein bisschen wie Khan in der Art. Das wäre doch auch eine coole Sache. Und damit könnte man dann langfristig das Ganze machen. Denn natürlich würde das Sammeln des Rufs bei seinem Mentor eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht ungefähr drei Monate, sodass man überlegt, wenn man alle zwölf hoch machen möchte, bräuchte man 36 Monate, was anderthalb Jahre wäre. Und damit wäre eine ganze lange Zeit, was zu tun. Aber man hätte immer so ein bisschen diese Competition. Guck mal, da ist wieder ein Nachtreiter. Verdammt, wir müssen uns ein bisschen absprechen. Wir müssen als Soul Rider dieses Championat gewinnen. Sowas in der Art. Seht so ein bisschen wie bei einer Art Alicia bei einem Teamrennen. Es ist nicht unbedingt wichtig, dass wir der Erste sind, sondern eben, dass unser Team nach vorne kommt. Und dass wir da eben dann auch belohnt werden dafür, dass eben ein Soul Rider, ein Nachtreiter, ein Neutraler eben gewinnt. Und sowas fände ich mega gut. Sowas wäre für mich so das, wo ich sagen würde, das würde definitiv mir mega viel Spielspaß bringen. Klar, es würde dann natürlich dazu führen, dass wahrscheinlich sich auf einigen Servern Kulte bilden, dass man sagen würde, dieser Server als Beispiel, Server 4 ist jetzt der Nachtreiter-Server. Da sind einfach sehr viele Nachtreiter, da gewinnen auch hauptsächlich Nachtreiter. Aber dafür könnten dann gute Soul Rider sich gerade auf diesen Server begeben, um die Dominanz der Nachtreiter über Server 4 dann wieder ein bisschen zu brechen. Und wäre das nicht eine coole Sache? Ich hätte mega Bock drauf und hoffe auch, dass irgendwie mal so eine Art, so ein bisschen eine Endgame-Competition zwischen den Spielern, die jetzt aber nicht unbedingt mit Championaten und Rennen so drinnen ist, sondern einfach so dieses, mit diesen Kämpfen. Klar, es ist in Championaten und in Rennen, aber eben, dass es übergreifend so ein bisschen eine Rivalität hat. Und ich hätte auf sowas richtig Lust, vor allem mir eben solche special, sondermäßigen Outfits mir über eine längere Zeit zu erspielen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie findet ihr diese Idee, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wem würdet ihr eigentlich als Mentor wählen? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.